Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Frische Früchte von Coop, Ihrem frischen Spezialist. Aus dem Wallis gibt es die saftigen Williams Butterbeeren. Williams Butterbeeren können Sie als Dessert offerieren. Sie können es aber auch einmachen, sterilisieren oder heiß einfüllen oder tief kühlen. Profitieren Sie jetzt von dem einmaligen Angebot. Williams Butterbeeren aus dem Wallis in der Qualitätsklasse 1. Eine weitere frische Leistung von Coop sind jetzt die Trauben. In diesen sonnigen Reppgärten im Süden werden sie gepflegt und wenn es soweit ist, sorgfältig abgelesen. Trauben für Trauben. Damit Sie sie bequem und erntefrisch aus Ihrem Coopladen nach Hause nehmen können. Profitieren Sie jetzt von dem Angebot. Trauben aus dem Süden. Voller Sonne, Vitamin und Traubenzucker. Eine echte Coop-Leistung. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Angebot, das exklusiv in den Coop-Warenhäusern erhältlich ist. Die originelle Strickmode für kühlere Tage. Der modische Fairblend-Pullover mit V-Ausschnitt erhältlich in verschiedenen Modefarben. Und passend dazu die dreiteilige Strickgarnitur. Peren, Schal und Händschen in verschiedenen Farben. Kombiniert mit einer eleganten Tasche. Zwei Modelle in den aktuellen Herbstfarben. Diese topmodischen Angebote gibt es jetzt exklusiv in Ihrem Coop-Warenhaus. Und da habe ich noch eine Mitteilung für die Einwohner von Lotzweil. Das ist im Oberaargau. Morgen Morgen am 8 Uhr geht dort der neue Coopladen auf. Ja, ich glaube es ist soweit. Jetzt kommt noch das Coop-Rezept der Woche. Grüezi miteinander oder Kalimera, wie man in Griechenland sagt. Und von dort kommt eine köstliche Spezialität, die Moussaka. Für vier bis sechs Personen brauchen wir 750 Gramm Aubergine. Gerade jetzt aktuell im Coop-Frisch-Angebot. Die längshalbierten und geschwellten Aubergine werden geschält. Und zwar in grossen Stücken. Damit wird eine Gratinform ausgelegt mit der fehlenden Seite nach unten. Und das sind die Zutaten für eine Moussaka. Zum Hackfleisch kommen die gedämpften Auberginewürfel, Feinblätter geschnittene Champignons, gehackte Siebel, Peterli und Knoblauch. Nach einer Stunde im Backofen bei 180 Grad ist die Moussaka fertig. Und so wird sie angerichtet. Gestürzt, eventuell mit einer Tomatensauce. Das genaue Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. Ja, meine Damen und Herren, das wäre doch ein preiswertes Essen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und achten Sie noch auf die Aktionen. Bei Coop gibt es jetzt Kühl- und Tiefreelschränke besonders günstig. Zum Beispiel das Kombischrankmodell Satrap 185 und 40 Liter statt 625 nur 550 Franken. Und der Tiefreelschrank Satrap GS 20 statt 650 nur 575 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Tauben Zahnpasten, Elmex für 4,90, Mentadent C für 4,75 und Colgate Fluor und Mineral für 4,60. Zimmergrünpflanzen Yucca oder Ficus eine Pflanze für nur 6,90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Alle Coop-Sirup in der 1 Liter Flasche sind jetzt 50 Franken günstiger. Zum Beispiel der Himbeere-Sirup statt 3,70 nur 3,20. 5 kg Vollwäschmittel Tasche nur 13,90. Walliser Williams-Biere, das Körbchen an 2,5 kg nur 53. Auf Wiedersehen!